Freunde, von den Namen her hätte es das Finale sein können, Real Madrid gegen Manchester City. Ich würde sagen, die beiden besten Mannschaften der Welt der letzten Jahre, über die letzten Jahre gesehen, die beiden besten Mannschaften der Welt gegeneinander. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Freunde, so sehr ich auch Haaland mag, ich bin natürlich für Real Madrid, allein für den Fußball. Ich will nicht, dass Manchester City die Champions League gewinnt, genauso wenig, wie ich es bei PSG will. Aber Real Madrid gönne ich es auch ein weiteres Mal. Das weiße Ballett ist einfach magisch, liebe Freunde. Und sie zeigen es immer wieder in der Champions League. In der La Liga nicht immer so präsent, aber in der Champions League, da wissen sie, wie sie performen. Heute auch ein gutes Spiel gemacht. City ist der Favorit in dieser Partie, dennoch hat Real Madrid es heute gut gemacht. Und sie hätten auch gewinnen können, in meinen Augen. Also ich habe ihnen natürlich die Daumen gedrückt, deswegen habe ich es vielleicht nicht ganz so objektiv gesehen. Aber ich finde, sie hatten die Möglichkeit, ein Spiel zu gewinnen und zu entscheiden. Vinicius, super Tor gemacht. Klar, Kevin de Bruyne, sehr ähnliches Tor, auch super Fernschluss. Zwei Tore aus der Distanz, waren wirklich schöne Tore. Ansonsten hätte ich mir so ein bisschen mehr Spektakel gewünscht, Freunde. Ein bisschen mehr Spektakel für dieses Halbfinale. Ich hoffe mal auf das Rückspiel, dass da ein bisschen mehr diese Hüllen fallen. Ich muss sagen, Manchester City, ich mag den Spielstil von Pep Guardiola nicht. Dieses Hauptsache Ballbesitz. Hauptsache Ballbesitz, lieber nochmal hintenrum. Und wir haben dann hauptsache später auf der Statistik 80% Ballbesitz. Das mag ich nicht. Ich mag lieber auch diese chillige Art von Angelotti. Der Gegner kann auch mal den Ball haben, das ist okay. Und wir haben dann immer noch unsere Chancen. Ich mag das irgendwie so ein bisschen mehr als dieses Manchester City-Spiel, wo der Ball immer wieder laufen gelassen wird. Aber nicht nur in die gefährlichen Positionen, sondern eben auch hintenrum und nochmal nach links, nach rechts. Und dann Krillisch kippt nochmal rein und dribbelt nochmal in die Mitte und dann legt der ihn wieder hinter. Ich mag das einfach nicht so sehr. Das ist für mich immer so ein bisschen ermüdend. Ich mag der Real-Matrix-Spielstil viel mehr, aber das ist natürlich effektiv, was Manchester City macht. Muss man auch ehrlich sagen. Ich glaube jetzt persönlich, liebe Freunde, dass im Rückspiel, ja, City leider gewinnen wird. Und, ja, ich denke, sie haben heute Glück gehabt mit diesem 1-1. Das ist für sie ein gutes Ergebnis. Ich glaube, zu Hause werden sie noch besser auftreten, weil heute waren sie teilweise echt ein bisschen eingeschüchtert. Gerade Anfang der zweiten Hälfte, da waren sie echt beeindruckt von der Atmosphäre, von dem Stadion, von Real Madrid. Haaland komplett abgemeldet in der zweiten Hälfte. Kaum was von ihm irgendwie gesehen. Also, das hat Rüdiger auch super gemacht, super verteidigt. Kammer Wingen auf der linken Seite hat es gut gemacht. Wigniews ist immer gefährlich. Benzema Motisch groß, alle in den Augen weiter. Also, ich mag einfach dieses Real-Matrix-Team. Ich drücke ihnen die Daumen, aber ich denke, leider, 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 liebe Freunde, ja, dass da Manchester City weiterkommen wird. Eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt, Freunde. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.